Wie ging es eigentlich los mit deiner Leidenschaft und mit deiner Karriere so? Ja, also los ging es, es war 1985, ein Mountainbike. Ja, und bin dann ab diesem Moment jeden Tag mit diesem neuen Mountainbike gefahren. Und da hat sich meine Leidenschaft entwickelt. Und wie ging es dann los mit dem Rennsport? Als Kind habe ich mir von meinem Vater immer ein Rennrad gewünscht. Have your kings a rising higher?